... und es geht wieder heraus... ... und der 3.2 an der Tür... ... ja, wie vor. So, jetzt kommen wir in das Stadion. Wo hat sie denn her? Hier am Losin-Combination... ... ja. Achso. Buschweiter. Das ist ein bisschen weiterer Weg zum C-Element. 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 Das ist ein bisschen weiterer Weg. Das ist ein bisschen weiterer Weg zum C-Element. Das ist ein bisschen weiterer Weg zum C-Element. Das ist ein bisschen weiterer Weg. Das ist ein bisschen weiterer Weg zum C-Element. Das ist ein bisschen weiterer Weg zum C-Element. 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 Und der Freie war unter der Rundstabelkopf. Und Peter Klader, der kommt jetzt zur Lotte-Kommunikation. Peter Klader, hier über diese große Hecke. Dann über die beiden Pferde. Und was hat er noch ganz schön in Rösel? Timparen ist der 1,2-1-7. Wasser. Hier ab die 90, da sieht man sie hier. West Point Enterprise, 323. Und der 1,5-420-Advents in Zabbeldatsch. Auf dem Mansker Kombination. Und soeben gestartet. Kate Wood aus Neusina mit Easy Tiger. Rücknummer 28, 74,5 Punkte. Nach der Entresseur. Just start at 28. Easy Tiger and Kate Wood from New Zealand. 14-year-old Galdane by Price and from the Accord. Owned by the rider. Kate Wood, New Zealand. Didier-Winner. Lauschink-Combination clear. 9,4-mile Leuser am Einsprung der Mansker Kombination. One refusal. The first element of the Mansker Kombination. That's number 10A. Now taking the alternative route. 2,5-420-Advents in Zabbeldatsch. 2,5-420-Advents in Zabbeldatsch. 2,5-5-420-Advents in Zabbeldatsch. Vielen Dank.